Musik Sehr verehrtes Publikum, es freut mich, dass Sie so sehr zahlreich erschienen sind in unserer Revue-Show von Edgardius. Ich freue mich, dass ich Ihnen ein Superstar-Programm zusammenstellen haben dürfen können und ich werde das Ihnen am heutigen Abend präsentieren. Es wird Sie aus den Socken hauen. Die erste Nummer ist Miss Electric, die Sensation aus Amerika. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Miss Electric. Ich werde Ihnen heute eine Vorstellung mit der Bauaren Energie vorzeigen. Ich bin sozusagen die Atomspaltung in Person. Schauen Sie selbst. Applaus Puh, ich kade auch an. Oder auch so. Und jetzt ist es. Glauben Sie mir jetzt, Sie können mich auf www.misselektrik.ly auch besuchen. Dort sind viele Fotos von mir und auch ein Video über meine Künste. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke vielmals, Fett. Am Ausgang gibt es Autogramm. Von Frau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Unsere Miss Electric hat morgen schon wieder den nächsten Termin. Aber ich freue mich, dass ich schon den nächsten Höhepunkt präsentieren darf. Unser Regenmann. Guten Tag. Ich bin der Regenmann. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich kann es regnen lassen. Regen, Regen, Tropfen. Ihr sollt jetzt auf den Boden klopfen. Bei dem Regen, Tropfen. Ihr sollt jetzt nicht mehr auf den Boden klopfen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich kann es auch noch donnern lassen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich kann auch noch diesen Raum mit dickem Nebel. Nebel füllen. Nebel, Nebel, komm. Nebel, Nebel, geh wieder. Wir sind dir jetzt nicht mehr wieder. Und jetzt kommen wir zur Krönung des heutigen Abends. Ich werde die Erde beben lassen. Erde, Erde, bebe, wie ich will und rede. Nein, oh Graus, Hilfe, bitte hau auf, Rain, man, Regenmann. Mir wird schlecht. Erdbeben, Erdbeben. Höre auf. Und jetzt ist es los. Die Bus. Die Bus. Danke, ich bin ganz nass vor lauter Regen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie können die Kleider nach der Show bügeln lassen beim Empfang. Gut, ich darf Ihnen nun die nächste Nummer präsentieren. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es ist unser Grimassenmann. Bitte hören, Mr. Grimassenmann. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. 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 Auf Wiedersehen So, das war es Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen Der heutige Abend war sicher ein Höhepunkt in Ihrem Leben Und ich darf mich verabschieden Und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend Bis zum nächsten Mal In der Revue Show Von Edcarius Bis zum nächsten Mal